So, guten Morgen, willkommen zurück zu Ektrofoa. Schreiben wir hier noch ein bisschen rum. Dann reicht's auch wieder so weit, so. Was ist das überhaupt die Ostdichte? Das war doch nur eine Problem. Hab ich hier schon... Hab ich hier schon Artillerie gebaut? Die sind laut, ist grad bei mir. Da sind zwei Wandertüren, oder? Dann bauen wir noch eine MLS und... Es gibt keinen EVAC. Moment, es gibt noch... Ne, es gibt keinen EVAC. So, läuft die Aufnahme läuft. Ja, diese eine Provinz da. Können wir ja tauschen. Ja, das ist... Also, das ist... Heli Hopter! Ja. Ja. Ich hab' mit viel Schaden, du. Sehr viel Schaden und so. Auch neben das Ziel, das ist nicht gut. Ja, der hält das aus. Wir schließen die MLS rein. Dann passt das alles schon und... Ich hab' den nicht weggeschickt. Ich hab' noch'n Bulldogan. Alles gut. Alles gut, alles gut, ich hab's noch. Alles gut. Das ist mit Ordnung. Selbst einen treten, dann glaub' ich irgendwann. Ach so, jetzt kann ich sie behalten. Ja, ja. Fick dich. Weil jetzt soll ich mich mit Queen verbünden und mal gucken, ob sie... Ich weiß nicht. Interesse haben? Gut. Viel Geld hab' ich natürlich. Na, ich hab' schon sechs gefangen. Ich hab' schon sechs gefangen. Ja, Artillerie realt er schon. Es gibt ja noch mehr davon. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab' da was vergessen, glaub' ich. Die brauchen ja Strom, die Pern. Die brauchen die Strom. So, brauchen die den Strom. Muss das denn sein, dass die Strom brauchen? So, nun wirklich nicht Note, dass die Strom brauchen, oder? Ja, das Sicherheitshalber brauchen wir noch eins. Wär doch ein bisschen verspreut. Wollt man irgendwas Fliegen, dass das getan ist? Hm. 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 Ja, das ist alles so. Ja. Welchen interessiert denn diese Infanterieeinheit? Vielleicht brauch ich immer Geld, aber kaufe ich nicht. So wie Rebellen wie du da hast, würde ich sagen, du hast voll noch andere geblieben als Geld. Na also haben wir schon mal was volles Krankenhaus? Ich glaube ich habe jetzt ein volles Krankenhaus, was kann das sein? Gut, was wollte ich bauen? Zeug wollte ich bauen. Kann ich nur eins bauen. Leichtes Waffendepot, braucht wir das? Nein, Kaserne habe ich schon. Heliport. So, dann noch so. Leichtes Wunipot, Seinsatzschutz, Luftkontrolltron. Das ist ein Temperaturzentrum, ich will jetzt auch mal. Jetzt habe ich noch Geld. Dann machen wir hier Tiefenbohrungen und so. Und dann haben wir hier noch so. Aber dann ist nicht uninteressant. Was ist das Fahrzeug? Oh mein, das Gefängnis müsste ich auch mal. Oh come on. Wo kommen denn die? Von oben rechts? Vielleicht brauche ich das da doch noch. Achso, das ist dann für alle gleich hier dann. Brauche ich das natürlich. So, jetzt kann ich auch die fetten Bomber bauen. Ähm. Fenster. Haben die grad meinen... Geil, die haben meinen letzten... ... ... die Tennis Minus 2. Uuuuuh. Fahr mal noch ein Stück weg, so zur Sicherheit. Damit ich nachher nochmal... ... weil die Artillerie kostet schon einen Haufen Geld, das würde ich sagen. ... ... Luft- und Panzerschießen mit ab. ... 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 Was zur Hölle Was war das jetzt Na toll Ich hab gerade mal eine halbe Basis selbst ausgelöscht Was ist das denn für ein Kack gewesen Wo kam der denn jetzt her Na toll, wo hab ich denn jetzt gespeichert Ist doch gar nicht so lange her Ich hab' dich doch 2.5 kostet das sogar 2.5 kostet das sogar Okay Wo es gut eins ist Ich brauch hier mal da vorne noch Dann brauch ich das Abbild auf jeden Fall Na, das ist der Tantmode Ich hab' dich ja was denn mal vorne hin So Dauert noch so ewig und zwei Tage Wann auch noch ein bisschen Jetzt So ein bisschen langsam Ich hab' dir das mal schnell Ich brauch' das noch Ich hab' dir irgendwas zum Entanen bauen Schwierig Komm schon, du dummes Spiel So Wieder meine Kann das Ding auch getarnte Einheiten erkennen? Wirksam gegen alles, naja. Wo stehst du denn du so weiter vorne? Ich bin bereit zu gehen, Sir. Ja, Major. Trieben, Bordeaux. Artillerie. Jetzt soll ich sie noch weiter hinten stellen. Einfach nur um sicher zu gehen. Zwischendurch auch mal speichern, das ist vielleicht auch klug. Wie ist das überhaupt Minus-3-Stabilität? Wie kommt man da hin? Ja, ich glaube, wir kommen hier. Schläge rein. Ach komm! Junge, willst du mich verarschen, dass... Es ist genau auf meine Transporter eingeschlagen. Das glaubt er doch selbst nicht mehr. Das glaubt doch jetzt selbst nicht, oder? Jetzt hoffen, dass ich nicht gleich wieder meine gesamte Basis selbst in Luft spreche. Ich brauche noch ein bisschen Luft auf, ja. Aber ich werde es gestillt. Jetzt geht es schon so ein bisschen auf den Sack. Ich vermute mal, das ist nicht gut. Ich sehe das Problem. Ich愿 mich da nicht mehr holen. Ich will den Code speichern. Weißer bin ich rechtzeitig fertig. Nein! Wird natürlich nicht rechtzeitig fertig. Okay, ich muss meine Artillerie kurz abschalten. Sonst wird das nix. Ich hab mich doch abgeschalten! Wow! Fick dich doch. Oh, ist dahin. Ich muss es halt trotzdem beschießen. Ist nicht getan, das ist scheiße. Will ich nicht auf mein Fahrzeug stürzen? Ja, warum? Okay, braucht man noch einen Reaktor da unten hin? Meine Basis ist auch schön eng zusammengebaut. Das ist natürlich auch sehr gut. Nein! Die kommen da immer raus! Und dann jagen sie meine Basis in die Luft. Und meine eigenen Einheiten jagen in die Luft. Doch scheiße ist doch das! Was? Wo hab ich denn da gesprungen? Wo war denn das? Das ist doch nicht wahr. Es fällt halt immer wieder auf den selben Punkt auf. Das ist auch schön. Oh, hier sind die Tiefenbohrung gemacht. Ja, aber gut. Ich muss ja noch anders zurückbauen. Ich muss ja noch anders zurückbauen. Ich muss ja noch anders zurückbauen. Ja, dem Ding ist doch gut. So richtig überhaupt nicht, aber hin. Ich muss ja noch anders zurückbauen. 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 Haben sie jetzt wieder... Wo ist der? Ach, leck mich doch, Spiel. Leck mich doch einfach mal. Ich muss ja auch ignorieren, dass ich es abschalte. Ich brauche mal ein Zweitwoldo, oder? Es wird nur noch in Notwehr geschossen. Ja, verarschen kann ich mir selbst. So, du brauchst mir jetzt endlich mal... Baby, Tucker. Ich kaufe mir noch das Upgrade Oh, nö. Oh nööööööööööööööööö Ach, geil. das versägt dass jetzt schicke alles in die Luft. Da war da eine Basis. wow fick dich doch das war das war mein krankenhaus das brauche ich na ich kann es das bringt ja nichts wenn ich jetzt lade werden sie jetzt da wieder reinschießen ich nehme an dass wir jetzt immer wieder da rein fliegen es ist fast voll und ich kann nicht mal zurückschießen weil ich mir so eine kack ding noch nicht leisten kann das ding absurd viel geld kostet also haben die ihren tarnhelikopter natürlich nicht 3.000